Die Herausforderungen im Studium werden euch definitiv helfen, weil wir haben zwar sehr viele Projektarbeiten, Seminararbeiten, Präsentationen zugleich gehabt, aber genau das hilft mir jetzt in meinem Job als DevOps und Cloud-Consultant bei der AppCont. Weil ich brauche nicht nur eine Programmiersprache in meiner Arbeit, sondern mehrere. Timing ist auch sehr wichtig, so wie das Projektmanagement. Wenn du eine umfassende IT-Ausbildung suchst, dann bewirb dich für Wirtschaftsinformatik. Bis zum nächsten Mal.